LOL, ey Kinas, ähm, hey, ähm, ja, sorry, wenn man das Mikro nicht so gut hört, aber, naja, es ist kaputt gegangen, leider, naja, egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, es tut mir leid, dass ich eine ganze Zeit lang nix hochgeladen habe, es wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal so weitergehen, weil ich recht viel lernen muss in der Schule, und auch einige Probleme habe, das heißt, ich muss wahrscheinlich für eine Weile weg, ähm, aber ihr braucht jetzt nicht denken, ich höre auf, oder so, wo das Problem ist, ähm, wenn ich nicht da bin, kann ich halt nicht ins Internet, beziehungsweise kann keine Videos hochladen, deswegen wollte ich euch halt nur so Bescheid geben, ähm, dass wenn jetzt weiterhin eine längere Zeit nichts kommt, braucht ihr nicht denken, ich habe aufgehört, oder so, wenn ich aufhören würde, würde ich euch sofort Bescheid sagen, das wäre kein Ding, aber, ähm, ich habe nicht aufgehört, und, ja, ich mache bis jetzt halt noch weiter, das Problem ist jetzt halt dabei, wie schon gesagt, okay, der Bobbel nicht verpeilt, ähm, wie gesagt, ich kann jetzt sein, dass sie sich eine weitere Zeit lang nix hochladen kann, und dafür, ähm, mache ich, wenn ich wieder da bin, ähm, ein großes Paket, ähm, also ein großes Videopaket, nicht in einem, sondern ich werde an einem Tag, oder an zwei, drei, je nachdem, wie ich aufteile, ähm, ziemlich viele Videos hoch, so als kleines, Entschuldigung, ähm, ja, ähm, und ich hoffe, ihr könnt das, diesen Ausfall jetzt verzeihen, ich weiß, es ist nicht gut, aber trotzdem, und, ja, dann, man sieht sich in, keine Ahnung, im nächsten Video wahrscheinlich, ciao Leute.